Gartenarbeit, Buckelarbeit. Kennen Sie das Gefühl noch mit dem schweren Tank auf dem Rücken? Die Zeiten sind nun Gott sei Dank vorbei, denn auf großen, robusten Rädern und kabellos kommt er daher. Der Gartensprayer, den können Sie dann ganz bequem neben sich herziehen, denn höhenverstellbar ist er auch. Ein 11-Liter-Tank bringt er auch noch mit. Damit ausgestattet mit Wasser, Düngemittel oder Insektenschutz gefüllt, können Sie dann loslegen mit einer akkubetriebenen Sprühpistole und die Düsen sind verstellbar. Das heißt also auch, das lästige Pumpen fällt für Sie auch weg. Alles, was Sie tun müssen, ist sich nur noch im Garten zu betätigen, denn Gartenarbeit kann und muss Spaß machen. Am besten gleich bestellen.